Okay. So. Ah, dieses Land gehört schon ewig meinen Leuten. Aber bisher lag es brach. Ein Soldat kam zu uns und sagte, sein Meister hätte einen Kaufvertrag. Mein Vater wollte ihm das alles nicht überlassen. Dann... ja... den Rest kennst du ja bereits. Was wirst du tun? Dieser Hof ist mein Erbe. Ich werde ihn bestellen, solange ich kann. Ich sorge dafür, dass die Soldaten dich in Ruhe lassen. Wenn du willst. Das Haus, von dem sie sprachen, liegt nordwestlich von hier. An der Straße nach Alexandria. Einer liegt fast wieder weiter. Im Fall der Fälle! Sag, dass ich dabei starb, das Vermächtnis meiner Familie zu bewahren! Ich seh grad, hier ist noch ein Goine da. Goine sind ja immer auch Aufträger. Ach du Scheiße. Aber wie kommen wir nach Alexandria so langsam? Wo ist mein Pferd? Da! Ey! Bleibst du stehen! Bleibst du stehen! Ganz schön fix mit dem Pferd, oder? Wirklich trainiertes Pferd! Wow! Warte, warte, warte. Ich muss grad... Nasenkribbett. Nasekribbett! Was? Whoa. Okay. Ein Hauptmann. Ein Schiedemenge, Leute. Wundervoll. Was ist da? Oh, oh. 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 Oh. So. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Die meisten schlafen. Oh, oh. 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 Ein Schiff auf einem Papyrus. Sofronius. Noch ein Mann, der zum Mörder wurde, nur um des Geldes willen. Vielen Dank. Ja, voll kaputt gemacht, Alter. Boah, Streicheraktion. Rein und raus, ich müsste ja auch einen, einen, aber. Was ist das denn hier? Ach stimmt, sowas hat man schon mal gesehen, ne? Ist das irgendwie was Besonderes, oder? Da weiß ich nicht. Oh, ist ein bisschen tief. Ich hätte erst gedacht, das wäre. Niedriger. Ja, ist auch Plätze, wa? Und auch überall her. Oh, was ist das? Wow! Wow! Hat mir das Ü-Scherm davon gekommen? Ach du Scheiße! 4 Ok Achso, das Geld geht auch, ok Wo komm ich jetzt hier rein? Oh Loschklettern Kann ich mir ganz überall dranhängen Das ist super, ey Das Land sollte doch längst mir gehören Warum dauert das so lange? Ich will nicht, dass diese Händler ihre dreckigen Waren so nah bei meinem Haus verkaufen Sag ihnen, ich kaufe Ich muss ihn einholen Ich muss ihn einholen Schon fix der Ja Ah, ich lass sie nicht aufgehalten Das armselige Ende einer armseligen Existenz Das armselige Ende einer armseligen Existenz Ich werde ihres davon erzählen, wenn ich sie wiedersehe Quests abgeschlossen Ja, wenn ich sie wiedersehe, ich weiß gar nicht Hm Ist aber ja jedenfalls abgeschlossen So So, was steht als nächstes an? Wir sind ja jetzt in Alexandria Ja, wir kommen Ich würde gerne die Hauptquests weitermachen Äh, Ende der Schlange Ach hier sind die Aufträge Ja, nehmen wir das als erstes Wo genau ist das? Ok, da hinten irgendwo Und die andere Quest Ich guck mal Ach, die ist da oben Äh, ist mir scheißegal, oder? Ah, ist mir scheißegal, oder? Aber die Stufe 11, nehmen wir die einfach als erstes Ah, das ist mir scheißegal, oder? Hopp, hopp Wie kommen wir denn hier nochmal in die Stadt her? Ich bin irgendwie am Arsch, da werden wir jetzt hier Ne, Plätze? Ich weiß jetzt doch mal dieses Outfit wechseln Ach, hier geht's rein, hey Hab ich da nicht gesehen Idiot Oh 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 Ich wechsel mal das Outfit Ich wechsel mal das Outfit Äh, ja, 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 das Dann, die Sache mit Kostüm Na, wenn schon Oder? Ich finde das aber auch ein bisschen Ja Unsympathisch mit einer Maske da rumzulaufen Ich weiß nicht Was steht nicht mit dir? Das ist mir nicht stimmt Das fragt ihr mich? Ist eine Nebenaufgabe Verflucht sei der König Verflucht sei diese E- Nein, komm Wir müssen mal die Hauptquests weiterführen Ich kann einfach nicht anders mit den Nebenquests Das ist Aristos Werk ist gut Ein reisender Philosoph Eine Schande, was ihm passiert ist Was gibt so viele Nebenquests, ne? Das ist echt der Hammer Die nächste Nebenquest Eiter Schwede Kann man da hinten Woaa Woaa Was ätzend? Äh Woaa Was ätzend ist aber ich muss was machen so besser oder ich habe so eingestellt dass es keine ahnung ich habe es einmal so eingestellt dass das nachmodus machen soll jetzt wechselt er das komplett im morgen ich weiß nicht wie es weg geht wieder ausschalten spiel aus weissen also geht nicht was jetzt gelang kommt man zu fuß weiter so normal Ich geh mal näher ran. Ah, das ist er, Gennadius. Ah, das ist er, Gennadius. Das ist ein ganzer Blutzieher. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Da läuft er rum. Warum? Sucht ihr weiter. Ich mache Meldung im Palast. Oh nein. Ei, ei, ei. Das dauert nicht lange. Das war seine Fehler. Und dafür nimmst du mir jetzt mein Leben? Steht deine Rachsucht über dem Gesetz, Magi? Sei gewarnt. Die Philakes werden dich aufspüren und dann nehmen sie. Blutrache. Möge der Verborgene dich begrüßen. Der Fürst der Duat erwartet dich. Welche Leute waren da im Hintergrund? War das doch letztes Mal so? Äh, Philakes. Philakes sind hinter dir her. Ja, das sind mächtige Kopfgeldjäger, die sofort ergreifen, wenn sie sich sehen. Oh fach. Okay. 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 so sind wir bald auf stufe 12 ich hoffe wir begegnen können der schlange idiot wie kann man die bloß werden was denkst du dir dabei so bewegung los das waren keine da auf zurück das hatte ich nicht, ist gut idioti, idioti halt, bleib stehen Sperrgebiet, ok wow 260 ja schlusser um wow dieser ort wird schwer bewacht wollte ich aber noch nicht ich weiß nicht, die sind ich weiß nicht, die sind ich weiß nicht, die sind Oh. Ich hab schon gedacht, warum. Der Adler, wie er rausging. Ich hab schon gedacht, warum er rausging. In diesem Gebäude. Ach, das wird überwacht. Die Fenster könnte man da reingehen. Ich weiß nicht. 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 Das sind die... Was? Das sind die Gemächer des königlichen Schreibers. Sieht wichtig aus. Verschlossen. Eine Leiter. Hm. Das sind die Gemächer des königlichen Schreibers. Das ist die Gemächer. Was ist die Gemächer des königlichen Schreibers?